Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Counter-Strike Global Offensive mit dem Wicked und ja, wir sind schon im Spiel, wir spielen meine Lieblings-Map Dust2 auf einem Public-Server, auf meinem Favorite-Public-Server, auf dem wir auch schon gespielt haben, im vorherigen Spiel, Skindries in 2. Ja, Thumbkillers, sei an dieser Stelle gesagt, schöner Server, mag ich und ja, dieser E-Mail-Sprach-Chat ist auch wieder an und die Leute labern auch wieder scheiße und einer hat ein scheiß Mikrofon, jedenfalls rauscht das bei ihm und es ist nervig und Leute, was soll ich sagen, ich hab einfach Bock, hier mal ein bisschen rumzuwandern und rumzuballern. Genau. Außerdem brauche ich gerade mal ein Testvideo, um zu gucken, ob ich meine Sound-Einstellung jetzt besser getroffen habe. Ähm, ja, war alles ein bisschen kacke und ich muss mir auf jeden Fall auch nochmal, äh, eine neue Sound-Karte bei Gelegenheit kaufen. Ähm, ja genau, ich muss jetzt auch gerade mal die Bombe legen, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich wusste gerade auch gar nicht, was ich, äh, so sagen sollte. Äh, ja toll, jetzt hab ich die Bombe gelegt und, äh, ja. Hier krieg ich nichts dafür, außer 300 Dollar. Äh, ja, was brauchen wir denn? Ein paar Granaten brauchen wir, das war's auch. Mehr brauchen wir eigentlich nicht und dann gehen wir mal B. Bombe kommt uns auch hinterher, sehr gut. Oder? Jedenfalls bis eben. Naja, egal. Go, 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 don't be shy. Shut up, man. Don't be shy. Shut up. Alle rum. Oh. Ne, die Spaten noch auf. Halt sie auf Ende. So. Gegen Ende der Runde verbraten wir die dann, wenn wir überhaupt zu weit, zu lange überleben. Denn dann sind alle schon ein bisschen geschwächt und wir haben eine größere Chance, bei einem Ohr auch einen Kill zu erbeuten. So sieht's nämlich aus, denn wir wollen ja möglichst viel für unser Geld haben. Aber, ja, das proben wir hier erstmal kurz dicht. Äh, scheiße, ich komm hier nicht hoch. Ey, das gibt's doch nicht. Naja, egal. In manchen Fall komm ich da echt nicht durch. Scheiße. Schnell runter. Ha, da war er noch. Aber wir haben ja noch ganz gut leben. Ah, komm schon. Ey, Leute. Ja, nein. Da war da noch einer. Oh, das ging gerade fix. Ne, die... Ne, ich bin auch ganz ruhig. Oh, Gott, ey, nein. Ja. Was ist denn da aus, ich zwischen Scheiße und Kot? Kennt den niemanden? Kannst du mal einen Schlup trinken hier? Hm. Zwischen Scheiße und Kot, du Depp. Kaffee, wunderbar. Ich glaube, das ist nur ein anderes Wort, das war's. Nein. Ja, ihr hört's, die schnacken gerade hier ein bisschen miteinander. Ja, dann macht mich schlauer, Erzähl. Ne, wenn ihr's nicht weiß, dann hast du Pech. Ja, lasst euch nicht davon stehen. Ja, so eine Scheiße ist natürlich ärgerlich, da, wenn da so einer was raushaut. Ja, ne, wurgel es mal. Erstens verstehen man's nicht. Zweitens nervt es einfach nur. Ein Stück Scheiße und ein Stück Kot. Kennt ihr denn den Unterschied? Terrorist win, ja, wunderbar. Geld, Geld, Geld. So, und dann, äh, noch eine Granate und den Rest sparen wir. Wir wollen ja hier auch nicht alles verplempern. Oh, ich warte ja immer sehr gerne ein bisschen hier. Hier hört man gut, wenn die kommen. Oh, die meisten gucken erst genau dahin. Wenn sie hier rauskommen. Oh, da war schon einer, habt ihr gesehen? Oh, Flash hinterher. Ah, schade, aber wir haben ja immer in diesen Sinter, what the fuck auch immer. Wo stehen wir denn? Okay, drei Kills, drei Deaths, das ist ja gerade noch im Rahmen, würde ich sagen. Äh, wie sieht's sonst so aus? Äh, sieht so aus, aber ich hab' schon an, aber ich hab' mich an. Ich mein, ich bin voll gut. Was, wer soll anhaben? Wallhack? Ey, Stoni, du bist so übertrieben schlecht, Junge. Junge. Wo sind denn unsere Leute? Hier, Hamburg. Ja, so siehst du auch außen. Sechs zu zwölf, mhm, natürlich. Ja, gut, dass wir eben Geld gespart haben. Was holen wir uns denn jetzt mal? Ähm, ja, ich würd sagen, wir probieren mal wieder ein bisschen mit der Bison. Und, äh, gehen doch mal Richtung B. Mit dem Messer, sucht ihr schnell. Ja, oh Gott, ey, ich hasse es. Ha, da haben wir den Johnny Boy. Ah, Gott. Ja, gut, wenn da auch drei stehen. Ja, Mann, da haben wir noch einen geholt. Ist ja auch immer einmal was. Ey, Stoni, du bist schon wie ein Stück Kot, Mann. Du bist ein Stück Kot, mehr bist du nicht. Ach, geil. Oh, der gerade hier so geschrien hat, der erschießt. Ach, ne. Gegenseitig werden die sich wohl nicht abschießen. Schade. Aber schon wieder verloren, dann brauchen wir Geld von der Bank. Äh. Withdraw. 5000. Oh, dann können wir uns auch wieder was gönnen. Düp dü dü dü. Alles drin, alles eingekauft. Na toll. Ja, Karom. Was wagen, hier durchzugucken. Smoke. Oh, da hat er auch nichts. Ja, gut, mit der AWP wäre ich noch nicht so der Held. Das lasse ich dann doch nochmal in die anderen machen. Ja, ich laufe lieber mit der AK rum. Ist mal ein bisschen schneller, ein bisschen flexibler. Ja, Mann, Lacka. Junge, halt mal den Maul, Alter. So ein Lacka, Alter. Oh, was ist hier rum, Flame, ey. Oh, schon wieder eine Runde verloren. Oh, nix geht hier. Was machen wir, Leute, was? Schon leckiger Lacka, Mann. Was ist da los? Oh, wir holen uns noch ein paar Granaten. Nein. Ich höre einen. Aber dann... Oh, ich würde ja sogar mal, Alang, mein Glück probieren. Mitte hängen, wieder die... Na, scheiße, schon ist Smoke. Jawohl, mit der Granate haben wir wenigstens noch Collega. So, das war knapp. Ein HP nur noch. Oh mein Gott, das überleben wir nicht lange. Ja, überleben wir nicht lange. Jawohl, noch eingeholt. Na ja, gut, mit einem HP. Da reicht ja schon der Luftzug der Kugel, um umzufallen. Ich werde hier nur noch umgenoobt, Alter. Mehr ist Lust hier. Tja, wenn man Noob ist, Johnny, dann wird man halt... Was für ein Sweetie, Alter. Hör auf mit dem Scheiß, Mann. Du Noob. Oh Gott, wie die alle rumheulen und rumlabern. Mann, Mann, Mann. Nein, natürlich nicht, 1.6 Mann, hier. Ob die wissen, dass die andere damit nerven? Ich bezweifle jetzt. Junge, CSS, Moops, 19 AP. Nein, Mann. Das hier ist Go mit ab und 1.6. So was ist für Noob. So, Leute, wo wollen wir denn jetzt hin? Hier mal versuchen. Mitte. Kehr. Ja, Mann, 1.6, geht ab. Scheiße, ja, scheiße, scheiße. War ich wohl zu optimistisch. So, gucken wir mal auf den Score hier. Ah, wir liegen zurück. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufholen, würde ich sagen. Ich sitze da oben bei den CTs raus. Oh, Kosovo ist gar nicht mal schlecht, wie das aussieht. Ah, das ist ein Sniper, der wohl sonst nix anderes kann. Gucken wir mal... Ja, jetzt können wir denen natürlich mal zugucken. Im gegnerischen Team, wo die denn die ganze Zeit rumstehen und warten. Damit wir das Wissen nutzen können. Hau rein. Oh, mein Gott, ey. Oh, Gott, ey. Wie schlecht. Jawoll. Sehr schön. Jawoll. Es läuft. Und nochmal, ey. Das gibt's doch nicht. Okay, das war gerade echt Lack. Das war echt Lack. Hör ich da, wen? Hör ich da hier hin? Hör ich da hin? So, da wird noch umgeballert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Komm ich schon kurz. Wo steht der andere Guy? Wie war lang? Ja, lang. Fuck. Das war... Das war scheiße, aber wir haben ordentlich abgeräumt, Leute. Hammer nice. Ja, super geil. Gut. Ja, Leute, ich würde sagen... Wir machen erstmal Schluss. Einmal kurz hier noch zuschauen. Ja, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle erstmal auf. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein super Matchmaster zwischendurch. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.